Ich zieh hochqualitatives Kokonin an Jesus Es ist der Boss, der auch mit arabischen Großfamilien biert Ich kauf E-Pilz auf Verlandreisen Und seit ich aus Umweltschutzgründen nicht mehr mit Öl heize Nehme ich Dopperscheine Yeah, Puck, bitch, was? Ich verbrenne die Kohle nur damit mein Kontostand Endlich wieder in den Taschenrechner passt